Hallo Leute bei eurem Partei-LP, heute mit einem kleinen Infovideo über unsere Videoarbeit, was und wie da so drin kommt, die ist auch am Start. Mils? Hä? Die ist auch da, ne? Hä? Sag mal Hallo. Hallo. Ja, okay, also ich hab jetzt hier mal so ein kleines Video schon gemacht, um das euch zu zeigen. Deswegen, entweder sehen wir hier einen Avatar mit kleinen Namen drunter, wer das ist, oder ein Name, wie hier, rechts zu sehen, der Name von Nils, der wird natürlich, wenn dann, kleiner oben in die Ecke, aber das liegt jetzt auch nicht schön, kleiner oben in die Ecke, links oder rechts über jedem Video, von wem das Video eben ist, ne? Habt ihr ja schon bei Flo das mit dem Namen gesehen, aber das mit dem Namen wird auch nicht lange so bleiben, denn es werden Avatare erstellt, ja. Wo ihr die Avatare erstellen könnt, das schreibe ich jetzt einfach mal unten in die Kommentare, äh, in die Infobox. Und ja, das war's auch eigentlich schon von eurem, Nils. Hm? Das war's auch schon von eurem. Ah, Nils? Na, keine Ahnung, was zu Ende. Ja, Nils, du kannst das jetzt zu Ende bringen, weil du kannst ja auch mal was sagen zum Schluss. Was war's? Okay, Leute, bis dann, euer Partei LP. Tschau, Leute. Tschau, Leute.